hier ist Abraham zurück in Assassin's Creed Mirage und ich habe jetzt hier die Mission Folge nur wir haben ja dann letztens von unserem Auftraggeberin eine Doppelmission bekommen um Personen zu ermitteln zu finden es geht natürlich mal wieder ich gehe mal kurz rein ins Journal ich zeige euch das mal ganz kurz zwar in den Bereichen Nachborschung das ist mein Ziel jetzt hier in Ali Ibn Amat zu finden und da habe ich schon den ersten erledigt nämlich Beshi das habt ihr im Video davor gesehen und mein neues Ziel ist Nurs Kontaktperson mit der ich jetzt weitere Details erhalte um hier diese besagte Person zu finden und das werde ich jetzt machen ich habe sogar schon einen Standort ermittelt ich zeige das ganze noch einmal auf der Karte und zwar ist ein Standort genau hier wo ich die Kontaktperson bei der Färber Manufaktur finden kann und sage schon einmal viel Spaß und wollt ihr mehr von mir und von Assassin's Creed Mirage sehen dann lasst doch ein Abo da und los geht's mir dann geht's man so man man So, die Färbermanufaktion haben wir schon gefunden, hm? Ich bin mal gespannt, ich werde durchlaufen, ob ich mich einfärbe. Das wäre ein cooler Gag gewesen, ok, also schade, funktioniert nicht. Einen Augenblick. Darwish! Asim, Azizi, ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Äh, deine Kleidung, du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bogdab. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb-Hurasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm mich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Das ist eine neue Aufgabe, die wir jetzt erhalten haben. Okay, das ist eine kleine Artefakt-Mission. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz rein. Da gab es Artefakte, sind hier. Aber ich habe weiterhin noch den Zusatzauftrag. Hier hinten folge nur. So, in der Nachforschung. Oh, da tut sich was Neues auf. Okay. Woche von Beb-Hurasan. Davies Laden. Okay. Alles ganz neu, muss ich lernen. Wir verfolgen aber weiterhin dieses Ziel. Wir folgen weiterhin nur. Die Nebenquests, die machen wir später. Bleiben wir jetzt erstmal am Ball. Okay. Okay, Taschendiebstahl hier und da kann nicht schaden. Da geht es zu den Ställen. Was ich jetzt natürlich jetzt machen könnte. Oh. Hier wird Abend gearbeitet. Begerbt. Gewaschen. Na gut, okay. Werberei, ne? Die Mutter des Kalifen war wieder bei den Unuchen. Die war so zornig, dass sie sie auf Griechisch angeschrien hat. Wahrscheinlich tut sie es immer noch. Ah, die Chancen, dass ich es schaffe, wach zu bleiben. Einmal kurz gezeigt. Dieses Navis Artefakt, das ich gerade bekommen habe, befindet sich genau an dieser Stelle. Und habe dann wieder den ersten Teil erreicht. Jetzt muss ich aber schnell weg. Was ist geschehen? Du zitterst ja. Hey, komm zurück. Ruf die Waffen. Lass die nicht entlassen. Nein, zu viele Versuchungen auf dem Weg. Na gut. Okay, ich habe hier ein Fragment gefunden. Kodex Fragment Seehandel. Okay. War jetzt nichts Besonderes. Mal gucken, wie weit das für mich jetzt interessant ist. Das weiß ich noch nicht. Geholt habe ich jetzt hier an dieser Stelle auf dem Turm. Und hier geht es weiter. Wir folgen weiterhin nur... Sollen wir etwas für dich spielen? Allah verfluche dich. Keine Achtung für das Gesetz. Das kann mir jetzt nicht wirklich gerade unauffällig. Sollen wir uns jetzt... Dieses Kamele ist nicht wirklich gerade unauffällig. Bin ich jetzt irgendjemand ausgelassen? Können wir kriegen sie? Kann ich nichts... Ja, endlich. Null. Also, merken, Kamele reiten, nicken. Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Ich lasse dich deine Milch fressen! Ich lasse dich deine Milch fressen! Nein. Okay, ich werde nicht mehr gesucht. Bravo! Oh, das war's! Woh... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das muss man gleich lesen. Und den schnell zur Seite legen. Und tschüss. So, hier gibt es eine Nachricht und da hinten eine Kiste. Ich bin mal gespannt. In diesem stolze, Freude in wahrer Größe so nah gewesen zu sein. Okay, nichts Besonderes. Können wir ignorieren. Ah, okay, okay, okay. Okay. Whoa. Ja! 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 Ein kleines Rätsel. Steht da irgendwas dahinter? Huh. Eine Montur habe ich gefunden. Okay. Also ich habe eine Montur gefunden. Gucken wir noch mal kurz ins Inventar. Was klappt? Eine neue Montur. Na, bitte sehr. So. Soll die Wachen belauschen? Okay. Dazu muss ich da drüben hin. Ah, ist ein Versteck. Okay. Ach, da wäre ein Versteck gewesen. Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Unwahrscheinlich. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir noch mal in die Quere, töte ich ihn eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst nicht mal deine Armschienen festbinden. Hilfe! Ich schweige dann schreiben. Ich brauche Hilfe! Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. Immer was. Merkwürdig. Lieber gründlich sein. Augenblick! Funktioniert. Der auch funktioniert. Kommt schon, ich ziehe dich rein. Oh, und weg. Und ich habe die Gefängnisaufzeichnung schon in Sicht. Noch ein paar Küken mit Schlüssel. Ich habe sogar geholfen. Hey! Passe den Ton! Keiner drin! Stimme! Da bist du ja! Hey! Ich bin nicht. Hier ist es, deswegen läuft er so schnell weg. Hier ist es, wenn du siehst, wenn du siehst. Ja. Ah, läuft er. 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 Ah, das klappt. Ah, läuft er. 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 Ah, tut er. Das Ding ist es, Lose! Mach es! Hierher! Hilfe! Hey, du! Lado! Was? Nieder mit dir! Oh! 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 Ja, ich kann doch ruhig lächer gehen. Oh! 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 Ich werde nicht vorteilen. Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. Lieber verborgen bleiben. Ah, das ist gut. Und noch einer. Nein, nein, nein. Dann bin ich ja fast runter. Ohne Geld auszugeben. I love it. Halt, wo hängst du? So, da. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Dann ist es auch gleich runter. Dann wollen wir mal zurück. Warst du schon bei Abdullah? Das würde dir gefallen. Hulat und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Mein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Sultan. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Ordner ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Khul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beshis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashk gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashk ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Ja, damit können wir die Sachen aufwerten. So. Na, bitte sehr. Gut. Zusatzfassungsvermögen. Okay, damit hätten wir die freigeschaltet. Und dazu kriegen wir natürlich noch weitere Erks, größere Weichweite, mehr Inhalt und größerer Schaden. Okay. Okay. Achso, jetzt kann ich mich entscheiden, was ich davon haben will. Also entweder mehr mitnehmen, größere Reichweite oder größerer Schaden. Mehr mitnehmen. Achso, und da kann man auch hier das mal hin und her wechseln. Das ist cool. Okay. Gut zu wissen. So, und so kann man die Sachen halt ein Stück für Stück freischalten. Alles klar. Ein Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Poulat ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashk zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein, diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen. So sieht es aus. Alles klar. Dann würde ich sagen, hier ist genau der richtige Zeitpunkt für ein kattisch. Schon wieder so viel Zeit vergangen. Ich sage mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen und wieder have fun. Neuer Abo-Raum. Bis demnächst die Idee auf meinem Kanal. Ciao, ciao.